Joach! Was geht Leute, mein Name ist Admiral Fox und weiter geht's mit Fallout 4, unserer Reise ins Ödland. Letztes Mal waren wir in das super duper Market Mall, haben ein paar Ghouls erledigt. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich ein bisschen looten werde, ein bisschen vorbereiten möchte. Mal gucken, was ich da so erhaschen kann und werde es dann euch gleich demnächst präsentieren. Ich hoffe, was Gutes, bin mir noch nicht sicher. Und dann geht's weiter nach Concord. Ich habe letztens Discord gesagt, keine Ahnung, wie ich auf Discord kann, aber wir gehen natürlich nach Concord. Und dann werden wir weiter schauen. Ich hoffe, euch gefällt's bisher und bis gleich. Ja, ich habe euch versprochen, dass ich den Laden hier ausnehme, aber der war wohl doch nicht so gut gefüllt, wie ich gedacht hatte. Nämlich nur Essen, ja gut, was erwarte ich auch von dem Supermarkt. Da wird wohl kaum irgendwie heißer Handwerkscheiß drin sein. Ist ja nicht Deutschland. Naja, wie dem auch sei, kann ich euch leider nicht den besten Upgrade-Scheiß bieten, den ich eigentlich haben wollte. Aber ey, wir wissen nicht, was uns heute noch so erwartet. Das Wetter ist schön, deswegen gehen wir jetzt weiter. Ich musste wieder, oh fuck, 15, 25 Schuss. Sehr mager. Und los. Genau, und los. Gucken wir uns mal die Wohnsiedlung da noch mal ein bisschen an. Ich glaube, im Laufe des Spieles, oh, kann man hier die Tür öffnen? Zu gut geschützt. Zu gut geschützt. Bla, 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 bla. Ähm, was wollte ich sagen? Im Laufe des Spieles muss ich glaube doch die Grafik ein bisschen runterschalten. Weil ich ja letztes Mal gesagt hab, ähm, mir macht das nix aus, dass das so leckt ein bisschen. Oh, dreckig verbraucht. Im offenen Feld. Ich Idiot. Wo ist der Mitte des Raumes da? Oh. Diese Waffe ist nicht zu gebrauchen. Scheiße. Ja, wir haben noch genug Lasermuskete. Müssen aufladen, 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 aufladen. Wow. Ah. Dann treffe ich nicht mit der. Ich werde wahnsinnig. Das gibt's doch nicht. Wo ist da was zum Zielen? Da ist was zum Zielen. Äh. Die Waffe kann gar nix, Leute. Das ist halt der Problem, wenn man, das ist ein Gewehr. Das sollte man eigentlich hier schön halten können. Na also. Ne, ich bin überhaupt nicht zufrieden damit. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall... Ah, ich mag die Waffe nicht. Ich mag die Waffe einfach nicht. Und irgendein Drecksgeschütz ist ja noch. Ja, Leute, es wird Zeit auf jeden Fall, dass wir zu einem Gewehr wechseln, wenn ich die passende Munition hätte. Die ganzen Waffen? Von wo? Dieses ganze Gepumpe. Aber ich denke, äh, auf lange Sicht... Auf lange Sicht... Wo ist die Mitte des Raumes? Da ist die Mitte des Raumes. Auf lange Sicht, ähm, ist das eigentlich ganz gut. Ich meine, wenn man sich vorstellt, was für Schwierigkeiten ich jetzt habe. Mit der Steuerung und mit den Zielen und was auch immer. Ähm, ähm, ist es doch gar nicht eigentlich ganz interessant dann... Später, wenn das gut läuft. Versteht ihr, was ich meine? Ach, ich bin wieder so durcheinander. Aber ein Vorteil hat diese Waffe. Ich weiß nicht, ob man das hört, dieses Wummen von dem Laser, von dem Generator. Hört sich nice an. Okay, Munition haben wir schon mal ein bisschen. Immerhin etwas. Abgeschlossen. Experte. Jetzt kann ich doch kein Schwein merken, wo der ganze Loot versteckt ist. Ich hab' nicht gedacht, da geht einer rein. Ich glaub' das ist, äh, Aluminium. Aluminium brauchen wir auf jeden Fall irgendwann. Ich hab' keine Ahnung, wie viel Munition diese Waffe hat, weil das irgendwie so verdeckt ist. Ist aber meine Schuld. Das hab' ich ein bisschen selber eingestellt. Nur halt, für die Waffe ist das blöd eingestellt. Also, ich will mich auf jeden Fall hier ganz genau umschauen. Bevor wir hier diese Gegend verlassen, meinen komplett... Mystic Pine? Und da fliegt auch irgendwas runter. Mystic Pine? Sagt mir das was? Bin ich sicher. Keramikschalen nehmen wir mal mit. Was hast du gemacht? Hallo? Oh, ein Heftchen. Ja. Geschichten eines Dorffleischverkäufers aus Junktown. Weiter. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du beim Händler kaufst. Sehr schön. Wir haben ja die... Davor haben wir im Supermarkt ein Magazin gefunden. Das wäre jetzt unser zweites Magazin. Die ganzen... Die ganzen Drogen nehmen wir mit. Denn Drogen kann man ebenfalls verkaufen. Wir nehmen Spielzeug mit. Spielzeug ist für die Schrauben. Ja, den nehmen wir auch mit. Versperrt. So, unsere H-Klammern gehen aus. Das wär's. Okay, da geht's runter. Dort drüben. Keiner... Ist das ein Krankenhaus? Ist das ein Seniorenheim? Bin mir nicht ganz sicher. Guck dir das an! Nein, du... Als ob du die Tür öffnen könntest. Wie schön. Wir brauchen definitiv mehr H-Klammern. Immerhin gibt's... einen Kleber. Oh ja, wir brauchen... ganz viele Stimp-Packs. Ich hab gefühlt, glaube ich... eine Handvoll Stimp-Packs jetzt gerade verbraucht. für diesen elendigen Raider... der nichts konnte, außer mir auf den Sack zu gehen. Hey! Sorry für die Kraftausdrücke. Ich bemühe mich... nicht so zu reden. Essen braucht man keins. Ich glaub, Essen hat keinen großen Nutzen, außer... außer dass man sich ein bisschen... heilen kann damit. Einen ganzen Scheiß mit. Okay, dann gehen wir mal runter. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, das war... eine ganz putzige Gegend hier. Ähm, da lang. Gehen wir mal hier runter. Aha! Ah! Ein... Fusionskern. Sehr gut. Ich denk mal, die werden... wie gesagt, im späteren Verlauf... ganz wichtig sein. Mystic Pine. So, so. Ghost? Ja, gut. Hast du gerade gebellt, oder... habe ich gerade Welpen gehört? Hm, wir speichern mal. An sich ist es auch ganz... entspannt, einfach nur rumzulaufen. Ich weiß nicht, ob das für euch... genauso interessant ist. Ich meine, für die Leute, die... Fallout 4 noch nicht gespielt haben... für die ist es vielleicht auch eine... ganz schöne Abwechslung... einfach sich hier die Gegend anzuschauen mit mir. Die Dimensionen könnt ihr zwar nicht... vollkommen nachvollziehen auf dem Monitor... aber ihr könnt mir vorstellen, in VR ist es... richtig interessant. Die... Größenverhältnisse. Was ist Ghost? Hm, was hast du schon wieder? Ah ja, Schleichen habe ich optimiert. Aber irgendwie... ist das immer noch... ich muss richtig tief runter. weiter. Aber gut, zum Schleichen sollte man auch... tief runter gehen. Gut, Ghost. Wenn ich jetzt auch noch... treffen könnte... mindestens dreimal getroffen, Mensch. Sind noch irgendwelche Freunde hier? Oh ja. Oh oh. Du brennst. Ghost. Mit... Molotow. Ich hasse es. Wow. Klasse Ghost. Super Dude. 100 Cocktails. Kronkrocken. Neun Steampacks. Gute Shorty. Oh. Geschützt für Corona. Hm. Hätte ich das gewusst... Ah gut, du hast angegriffen. Du hast den Angriff gestartet, nicht ich. Ich hätte dich sonst gelobt. Ah, ja. Polowski. Preservation Service. Polowski Selbstschutzbunker. Mini-Bunker. Polowski. Polowski. Ich würde dir diese Mini-Bunker mal wegnehmen, gell, Dude? Danke. Und tschüss. Ne, lassen wir sie auf, dann weiß ich, dass ich sie geöffnet habe. Mhm, mhm, mhm. Kurz checken, wie viel Munition ich jetzt habe. 36. Mhm, mhm, mhm. Ja. Ist immer noch sehr gemächlich. An der Revolution kann man mit dieser Menge an Munition leider nicht starten. Gehen wir mal kurz in den Diner, da waren wir nämlich noch nicht. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Zum Beispiel Munition. Ja, Leder haben wir jetzt genug. Aber hier, Aluminium, Grammik haben wir auch genug. Würde ich jetzt mal sagen, dass wir genug davon haben. Oh, Holz. Könnte sein, dass dem nicht so ist. Aber, wir müssen halt auffassen. Wir haben demnächst, äh, keine... Keinen Platz mehr für unsere... Was auch immer. Keinen Platz für irgendetwas. Drugs. Oh. Da gehen wir rein. Aber ich wechsle auf jeden Fall jetzt mal die Waffe. Gehen wir mal wieder auf die Pistole. Müsste reichen. Ghost, hierher. Gehen wir kurz in die Apotheke. Schönes Licht anmachen, ziemlich dunkel hier. Aber scheint verlassen zu sein. Scheint klein zu sein. Kleine Apotheke. Aber mehr ist hier auch nicht. Und das nehmen wir. Das wird die Person nicht mehr brauchen. Ja, Zigarren brauchen wir eigentlich auch keine zum Verkaufen. Das ist gut, aber... Gut, in Anführungszeichen. So viel bekommt man jetzt auch nicht. Also zumindest kann man nicht erwarten, dass man... ...davor jetzt reich wird. Und ein Stampack, immerhin. Oh, mehr ist hier auch nicht... Okay. So weiter. Also ich... ...gebe offen zu, dass ich keine Peilung habe, wo ich hinlaufe. Ich laufe einfach... ...wahllos irgendwo rum. In der Hoffnung, irgendwas Spannendes zu finden. Nein, das hat... ...hat sich bei Skyrim bewährt, diese Taktik. Und... ...gab da hinten ist Concorde. Die Busstation, okay. Oh, hier H-Klammern. H-Klammern. Noch mehr H-Klammern. H-Klammern. Oh, die Kamera. Ist alles Elektroshot. Und der Telefon. Peter Rownis. Los, in Position. Ja, geh mal. Toilette? Ist leer. Ja, da ist Concorde. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch hin, oder? Soweit ich mich erinnern kann, ist das Concorde. Wir gucken mal unsere Karte an. Wir haben natürlich auch eine Karte. Karte. Lexington. Dann ist da... Die Steuerung aus der Hölle. Ja, soweit ich mich erinnern kann, ist das Concorde. Hier, diese... Also, ach man. Diese Steuerung. So. Der Wahnsinn. Also, negativ gesehen. Können wir... Nee, ist... Level Up. Doch, wir können Level Up. Uh, Level Up. Okay, okay, okay. Wir sind immer noch auf dem Grinding-Weg, mehr Munition finden zu müssen. Denn, wenn wir frühzeitig mehr Munition haben, habe ich wenig Probleme. Geld ist jetzt nicht das Problem, sondern mehr Munition. Level 7 brauchen wir. Okay. Zumindest das nächste Mal. Schleichen. Werde zum Flüsteren. Werde zum Schatten. Du bist beim Schleichen 20 Prozent. Schwerer zu erkennen. Ist ebenfalls sehr gut. Aber momentan bringt das sonst nicht. Wir treffen nicht gut genug, um das für einen Vorteil zu haben. Vom Schleichen. Wer braucht schon vorhin, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, leidest du 15 Prozent weniger Schaden und kannst 50 Prozent mehr Ausrüstung tragen. Oh, sogar mehr Ausrüstung. Aber wir haben natürlich einen Begleiter. Und zwar unser Ghost. Level 9 für Level 2. Mhm. Wir brauchen mal Level 7. Was wir können jetzt erstmal... Ah, 20 mehr Gesundheit. Lebensspender. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir später uns gut ausrüsten können, dass wir weniger Schaden machen. Nein, das brauchen wir nicht. Viel mit Sprengstoff werden wir auch nicht machen. Na, kommt sowieso nicht. Gefähr ist halt gut, aber erst für später. Essen werden wir auch nicht viel, da den Romantiker wollen wir spielen. Handeln, naja. Na, Kampf, na, Kampf. Du kannst jetzt richtig einstecken, du erhältst sofort 10 Prozent Schadensresistenz. Mhm. Auch gut. Du weißt, wie man an die verborgenen Reichtümer des Irlandes kommt und findest mehr Kronkork an Behältern. Achso, das haben wir noch gar nicht. Aber ist jetzt auch momentan nicht so relevant. Blutiger Tod. Wunderschaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Vorsicht, vor umherfliegenden Augäpfeln. Ja, hat er das. Zum Spaß, ey. Ja, würde ich mal sagen. Ist nicht immersiv. Aber mehr Energie hört sich schon mal sehr gut an. Wir brauchen mehr Energie. Ja, brauchen wir definitiv. Gut. Speichern nochmal. Und dann würde ich sagen. Ghost? Wir haben nicht viel Munition, deswegen musst du mir den Rücken stärken. Da lang. Fuck. Gule. Ganz viele Gule. Wir können mal unsere Schrotflinte benutzen. Was ich mir gerade überlege... Nein, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Die macht mehr Schaden. Ich meine, die hält man ja so dann, oder? Okay, los. Hallo. Ihr fucking Gule. Gule. Mann, ist das geil. Die hat ja Wumms. Das hat mir jetzt gefallen. Oh, die schießen da oben rum. Okay, wieder eine Figur, die ich nicht sehen kann. Fusionszellen. Fusionszellen. Eine Harbüste. Und eine Sicherung. Das ist ja wie Weihnachten. Apropos Weihnachten. Für Weihnachten habe ich mir was überlegt. Aber in einem anderen Spiel. Ihr könnt gespannt sein, was ich mir überlegt habe. Ich glaube, deswegen habe ich auch diese Map bei dem besagten Spiel mir besorgt. Für diesen Fall. Also für Weihnachten. Also wie gesagt, schaut rein an Weihnachten, wenn ihr Lust und Zeit habt. Und lasst euch weihnachtlich berieseln. Weiter geht's. Auf nach Concord. Gucken, ob wir den Scheiß überleben. Noch mehr. Ah, wir sind gewappnet. Ghost, greif an. Uhu. Oh je, oh je, oh je. Alles voller Minen. Haha. Ach du Scheiße, sind das viele. Okay, fünf Schuss. Aber wer will's erst? Juch. Nö, blöd, dass es keinen erwischt hat von diesen Ghoulen. Oh, zack. Der nächste bitte. Oh, zack. Oh, fuck. Wird's neblig hier? Oh, jetzt wird's auch noch neblig hier. Na, kurz hier. Mal schauen, ob irgendwas hier ist. Mein Gefühl sagt, hier ist irgendetwas. Äh. Cottage Square. Mal mein Gefühl. Komm. Wut, 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 wut. Brav, Ghost. Boah, du Arsch. Es werden keine Hunde gekickt. Also hier waren Minen auf jeden Fall. Müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich höre schon wieder Geballerer. Ah, das war... Da war eine Falle. Seht ihr das? Das hört sich an wie Silvester. Ah, da kommen wir gleich hin. Ich will noch hier... in Ruhe den Scheiß looten. Oh, warum ich so langsam laufe, merke ich gerade. Wir sind zu... vollbepackt. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt langsam mal hier ein bisschen... Ballast abwerfen. Machen wir... peu à peu. Ich meinte, daraus wollte ich Leder machen, aber es... Das ist jetzt... auch nicht so wichtig. noch mehr Ghoule. Dafür Munition und ne... ne Boss-Chest. Impro-Gewehre nehmen wir jetzt auch keine mehr auf. Die kann man wieder verwerten. Raiderlag. Verwendet automatisch alle 60 Sekunden ein Stimpack, wenn du getroffen wirst. Okay, jetzt ist mein Bild weg. Okay, war ich mal kurz weg. Aber weiter. Verwendet automatisch alle 60 Sekunden ein Stimpack, wenn du getroffen wirst. Und deine Gesundheit bei 25 oder weniger liegt. Getroffen wirst. Und deine Gesundheit bei 25 Prozent... ...der weniger liegt. Das ist halt auch gut. Was machen wir? Jet. Was machen wir? Oh, fuck. Jedes Mal das Gleiche. So, mal kurz gucken, was wir ausrüsten können. Da irgendwas ist. Oh, wir wegen viel zu viel, Leute. Wir bräuchten eigentlich echt... ...ne Rüstung des Dingens. Und auf jeden Fall nehmen wir das da. Uh. Auf jeden. Richtig gutes Zeug, Leute. Trotzdem... ...viel zu viel. So, irgendwas müssen wir auf jeden Fall... ...wegwerfen. Ah. Ich tue mich da immer schwer... ...Sachen wegzuwerfen. Ach komm, was soll der Geiz? Wir werden noch... ...früh genug... ...an den ganzen Loot kommen. Oh, immer noch nicht. So. Äh, wo ist denn... ...Ghost schon wieder? Schaffst du das? Oh ne, das sind zwei. Was steht immer noch? Wegen dir habe ich die ganze Munition verbraucht. Wegen dir! Okay. Ghost müsste jetzt... Ja, von alleine aufstehen. Ich muss ihn nur heilen, wenn ich im Kampf bin. Äh, haben wir das gelootet? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es vergessen. Das hat mich komplett rausgebracht, dieser Break. Funktion. Mehr können wir eh nicht tragen. Grüne Kapuze. Was ist denn eine grüne Kapuze? Fusionszelle und Bier. Bier ist immer gut. Bier. Bier wäre jetzt richtig gut. Ich habe gerade gedacht, dass es so leck ist wegen dem Nebel. Aber wenn man bedenkt, so lecky ist das gar nicht. Zumindest glaube ich, dass ihr das gar nicht so mitbekommt, wie lecky das ist. Oh, jetzt wiege ich wieder zu viel. Das ist nur für mich. So, lecky. Aber klar. Vielleicht werde ich beim nächsten Mal auch wieder die Auflesung ein bisschen runternehmen. Sechs Schuss. Wird knapp. Müssen wir wahrscheinlich wieder wechseln. Zumindest acht Schuss. Schauen. Ich glaube, das ist, was mir nicht vorher bewusst war. Dieses Plus nach dem Namen ist quasi, dass es besser ist. Ich habe immer gedacht, dass Plus bedeutet, dass es Attribute an sich hat. Wird es denn etwa schon wieder dunkel? Gucken wir so vor, jetzt wird es ja wieder dunkel. Zumindest kommen wir dem Pfeil weg. Immer näher. Ja. Ich kann euch jetzt schon sagen, etwas Großes wird uns erwarten. Die Stelle kenne ich noch von damals. Aber mehr sage ich auch nicht. Ein Sieb. Mehr sage ich nicht. Nachher heißt es dann wieder... Hättest du das unbedingt jetzt spoilern müssen? Und dann muss ich mich wieder entschuldigen. Ich entschuldige mich eher dafür, dass ich so viele... H-Klammer... Verbrauch für ein Einsteigerschloss, in dem nichts drin ist. Ernsthaft? Oh Gott! Na, komm, komm. Oh, scheiße. Das ärgert mich jetzt. Da war nichts drin. Ich habe drei Haarklammern verbraucht. Ich hoffe, das Schicksal ist mir so hold, dass ich jetzt eine Packung Haarklammern bekomme. Los! In dem zehn Stück drin sind, oder so. Das wäre das Meaneste. Wir sind ganz nah. Ganz nah dran. Ja, wir gehen gleich. Ich will erst alles durchsuchen. Effektivität ist... Ach, du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich es verpasst. Dazu muss ich sagen, ich habe an den Lunchboxen was verändert. Diesmal, gut, dass das jetzt explodiert ist, lag daran, weil das eine Falle ist, aber die Lunchboxen an sich explodieren nicht mehr und geben an anderen Loot. Wie zum Beispiel Kronkorken. Wie zum Beispiel Kronkorken. Sehr viele Kronkorken. Mit Spaß hat es mir jetzt leider wegge... Mir leider, ähm... Oh, nice. Das ist mir jetzt weggenommen. Aber... Wir haben das nächste Mal. Kühlmittel nehmen wir mit. Zahnbürste brauchen wir keine. Und ich wiege viel zu viel. Ich glaube, ich schmeiße jetzt alles schwer raus. Geht nicht anders. So. Hat das? Ah, danke. Foges Geld. Yes. Ich bilde mir darauf ein, richtig viel Zeugs mitkaufen zu können, was leider nicht dem Fall entsprechen wird. Warum wird das jetzt so dunkel hier? Wie viel Uhr hängen wir dann? 17 Uhr. Die Zeit geht ein bisschen zu schnell. Aber okay. Dann gehen wir jetzt nach Cambridge. Wir sind übrigens jetzt in Concord, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Okay. Kommt ihr alleine klar? Oder braucht ihr Hilfe? Oder... So was. Ich meine... Ich kann auch... nächstes Mal kommen. Okay. Ey, das ist Adam Sander, Stimme. Oh Gott. Ich gehe mal auf eure Seite. Gut so. Weiter. Weitermachen. Ich würde ja gerne helfen, aber ich muss Munition sparen. Hi. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Adams Handler. Oder ist das die Stimme von Adams Handler? Sagst du mir, wer du bist, bevor ich antworte? Alles zu seiner Zeit. Wenn du auf unserem Gelände bleiben willst, rate ich dir zuerst, meine Fragen zu beantworten. Ich versuche nur, hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Das hier wäre für uns beide viel leichter, wenn du kooperieren würdest. Also, wo kommst du her? Ja, okay. Sag ich ihm die Wahrheit? Dass ich aus der World komme? Ich weiß nicht, wie die Leute reagieren. Aber auf jeden Fall drehe ich mich mal um. Dass wir ein bisschen mehr Licht haben. Dass wir den guten Dude auch ins Auge schauen können. Ähm. Ich habe eigentlich kein Zuhause. Diese Antwort bekomme ich oft zu hören. Ob sie warst oder nicht, wird sich noch zeigen. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Gerne. Aber. Das kommt darauf an. Wie viel zahlt ihr? Wir brauchen Verbündete. Keine opportunistischen Söldner. Ich werde dich für deine Dienste ganz sicher nicht bezahlen. Hm, schade. Ich würde gerne helfen, aber ich hasse Geheimnisse. Wer bist du? Sag schon. Also gut. Ich bin Paladin Danz von der Sterlernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission. Aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken. Aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sterlernen Bruderschaft zu helfen? Hm. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Aber... Was ist die stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht. Ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Hm. Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Ihr kämpft für eine gute Sache. Es freut mich, dass du das ebenso siehst. Es gibt nur wenige außerhalb der Bruderschaft, die verstehen, in welcher Gefahr wir als Spezies schweben. Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Aelin, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Yes, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Zivilist. Haben wir noch irgendwas zu looten hier? Aber Level Up! Oh, sehr viel Level. Sehr cool. Das machen wir gleich mal. So, was machen wir? Oh. Ah, theoretisch können wir schon mal... Wir können schon eine Vorschau sehen, wie das aussehen, also wie die nächsten Level aussehen. Ja, aber es ist nicht so effektiv. Zumindest der Thumbstick hackt ein bisschen rum. Mir hackt alles rum mit diesem Phoenix Controller. Okay, wie dem auch sei. Also, was können wir jetzt machen? Wie gesagt, immer noch nicht Level 7. Wir sind noch Level 6. Wir können also immer noch keine Munition aufstocken. Dementsprechend gucken wir, was wir davor noch machen können. Frauendialoge. Was ist das? Ja, Resistenz. Ja, mehr können wir ja auch noch nicht machen. Ja, die Frauendialoge. Die Frauendialoge. Also, ich lese mal vor. Ladykiller. Du bist charmant. Ungefährlich. Frauen erleiden 5% mehr Schaden im Kampf und sind Dialogen einfach zu überreden. Es sind ja nicht nur die Dialoge, die extra freigeschalten werden mit einer Frau, sondern auch die 5% mehr Schaden. 5% kann man jetzt sagen, ist jetzt nicht wirklich viel. Machen wir trotzdem, weil ich es kann. Kommst du hoch, Buddy? Gut, dann gehen wir mal rein. Er hat gesagt, wir sollen unsere Ausrüstung aufstocken. Ich erwarte jetzt richtig viel Munition für uns. Probe, was zu lesen. Stehlende Bruderschaft. Gladius Personal Terminal. Befehle des Aufklärungsteams Gladius. Die aktuellen Befehle des Aufklärungsteams Gladius lauten folgendermaßen. In das Gebiet mit der Bezeichnung Commonwealth vorrücken, um eine gewöhnliche Fernaufklärungsmission durchzuführen. Wirkliche außergewöhnliche Aktivitäten sind per Fernkommunikation an Schwertscheide zu melden. Einsatzdauer nicht festgelegt. Paladin Dance. Paladin Dance. Persönlicher Eintrag. Oje, gehen wir da alle durch? Okay. Aufzeichnung 1. Nach mehreren Monaten hat mein Trupp gerade die Grenze ins Commonwealth überschritten. Wir haben uns entschieden, sofort die Region Boston nach einem sicheren Gebäude zu durchsuchen, das wir als Aufklärungshautquartier nutzen können. Kurz darauf wurde mein Trupp von Raidern angegriffen. Die Powerrüstung von Ritter Kane wurde zerstört. Und wir verloren einen Teil unserer Vorräte. Zum Glück konnten wir die Angreifer in die Flucht schlagen und unsere Mission fortsetzen. Aufzeichnung 2. Wir haben ein sicheres Gebäude in Cambridge entdeckt, das offenbar ein Polizeirevier war. Wir konnten das Gebäude säubern und fanden eine Menge Vorräte und Munition aus Vorkriegszeiten. Laut gelehrten Haylen ist das Gebäude stabil und bestens zu verteidigen. Ich habe entschlossen, hier unser vorläufiges Hauquartier aufzuschlagen. Aufzeichnung 3. Nachdem Hayden feststellte, dass die Corvega-Fabrik in Lexington möglicherweise wertvolle Vorkriegstechnologie enthalten könnte, starteten wir einen Durchsuchungseinsatz. Ich befahl... Daves? Dorvis? Ich befahl Daves, die Anlage zu erkunden. Und er fand dort eine erhebliche Anzahl Raider vor. Ich gab den Befehl zum Angriff. Als wir uns näherten, wurde auf unseren Trupp geschossen. Ritter Warwick wurde verwundet, also befahl ich einen Rückzug nach Cambridge. Auf dem Weg trat Ritter Brach auf eine Landmine. Gelehrte Haylen versuchte ihn zu behandeln, aber Brach erlag seine Verletzungen. Ich möchte herausheben, wie lieblich Hayden sich für ihn eingesetzt hat. Eintrag 4. Unser gescheiteter Einsatz in Corvega ist jetzt zwei Tage her und ich muss leider melden, dass Ritter Warwick fast gestorben ist. Nach seinen Schusswunden war er gelähmt und er hatte innere Blutungen. Gelehrte Haylen sagte mir, dass er leidet und weniger als 5% Chance auf eine Genesung hat. Ich autorisierte sie, ihm mit einer Überdose Schmerzmittel Sterbehilfe zu leisten. Ich möchte erneut den Einsatz herausheben, mit dem Gelehrte Haylen sich bemüht hatte, Warwick zu retten und dass sie ohne Widerworte meinen letzten Befehl befolgt hatte. Aufzeichnung 5. Wir haben heute bei Bezugspunkt A113 den nächsten Mann verloren. Dieser Bereich enthält zwei Ruinen, nämlich den Flughafen von Boston und Fort Strong. Der Flughafen ist beinahe vollständig verlassen, aber in Fort Strong will er es nur so von Vor-Super-Mutanten. Wir wollten in der dortigen Waffenkammer aufmunitionieren, aber Ritter Sergeant Daves wurde getötet. Das ist seit unserer Ankunft schon der zweite Rückzug, den ich befehlen musste und unser dritter Tote. Ich empfehle eine baldige, vollständige Bombardierung dieser Position. Aufzeichnung 6. Gelehrte Haylen hat ungewöhnliche Energiewerte gemessen. Ankleblich befindet sich auf einer Trägerfrequenz eines extrem hohen Frequenzbands, wodurch sie sehr wahrscheinlich nicht aus der Vorkriegszeit stammen. Die Werte treten außerdem nur sehr sporadisch, äußerst kurz und nur an sehr bestimmten Orten auf. Die Signale klingen sehr schnell ab und sind schon nach wenigen Stunden von Haylen-Instrumenten verschwunden. Wir haben nicht die notwendigen Geräte, um den Ursprungsort der Werte herauszufinden, also versuchen wir, ihn durch eine Triangulation zu ermitteln. Und die Aufzeichnung 7, die letzte. Wir versuchen, Schwertscheide die Energiewerte zu senden, die Haylen ermittelt hat, aber die High-Gain-Antenne des Gewirrs wurde von einer Rakete eines Super-Mutanten beschädigt. Toll. Und wir können die Daten nicht übertragen. Haylen versucht, die Antenne zu reparieren, aber sie weiß noch nicht, ob wir die nötigen Ersatzteile haben. Und deswegen gehen wir jetzt, oder zumindest bald, zur nächsten Mission und holen uns diese Antenne. Gucken wir doch kurz die Personalien an. Drei. Vier. Drei sind verstorben. Ne, vier sind verstorben. Vier Ritter sind verstorben. Das ist keine gute Bilanz. Oh, schauen wir uns an. Eins, zwei Seite Haylen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stehlenden Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel, aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Hm. Interessant, dieses Thema. Kennt man ja von vielen Filmen, Geschichten, um denen es in Gewalt, Krieg etc. geht. Da geht es meistens auch um die Frage, wie geht man mit dieser ganzen Gewalt um. Kann man mit dieser ganzen Gewalt umgehen? Naja. Ich denke mal, wenn man selber nicht in so einer Situation ist, kriegerische Situation, im Kriegsgebiet selber, Flucht, kann man schwer darüber reden. Man kann nur Hypothesen stellen, wie man sich möglicherweise fühlt, wenn man in einer Panik-Situation, in einer Kriegssituation steckt. Auch hier das zu spielen, gibt nicht annähernd das Gefühl, wie es ist, wirklich in einem Kriegsgebiet sich aufzuhalten. Aber dennoch muss man sagen, kann man sich glücklich schätzen, wenn man dieses Gefühl nicht erleben muss, zu flüchten oder um sein Leben zu kämpfen. Man kann sich, glaube ich, heutzutage echt glücklich schätzen. Hallo Team, Captain Whitmark hier. Willkommen bei der Sonderkommission. Operation Winters Ende beginnt jetzt, mit Ihnen. Zusammen werden wir Eddie Winter von seinem Thron stoßen und seinen Hintern in einen 2000 Volt Entspannungssessel verfrachten. Es wird Sie sicher nicht verwundern, dass unsere Operationen in Boston, nun, um es kurz zu machen, verraten wurden. Winter hat überall seine Leute, auch im BPD. Also haben unsere Kollegen auf der anderen Flussseite in Cambridge uns freundlicherweise gestattet, das Cambridge Police Department als Hauptquartier zu nutzen. Machen wir uns an die Arbeit. Viel Glück. Naja, nicht wirklich informativ. Finde ich zumindest. Oder ich habe die Botschaft nicht richtig verstanden. Nein. Ich loot hier noch den ganzen Scheiß, was ich hier so finde. Und dann schauen wir weiter. Aber ich befürchte, dass wir jetzt dann auch für heute ans Ende gelangt sind. Wie gesagt, looten wir noch den ganzen Scheiß. Ja, oh, Vorkriegsgeld. Geh mal weg da. Das ist meins. Ich habe es zuerst gesehen. Ja. Ich glaube, das war's. Geh noch kurz. Hier kann man noch nach oben. Gucken, ob wir hier auch alles haben. An Munition. Hier geht's nur raus. Ah ne, man kann die Tür öffnen. Natürlich geht es hier raus. Ne, hier kann man nur die Tür öffnen. Naja, gut. Dann machen wir wenigstens hier unseren Abschluss. Kann ich euch mal das Ganze auch mal im Dunkeln zeigen. und noch ein bisschen erzählen, was ich hier so weiß von dieser Gegend. Das hinten, das ihr da seht, das ist Diamond City. Dort werden wir auch demnächst hingehen. Dort da hinten ist, glaube ich, mal eine Atombombe abgestürzt. Deswegen ist da noch Radioaktivität. Bin ich sicher, aber auf jeden Fall ein Hochstrahlungsgebiet. War ich aber selber noch nicht. Genau, das ist eine riesige Stadt da. Mehr sieht man nicht. Aber es ist auch immer schön, das Ganze im Dunkeln zu sehen. Vor allem jetzt, wo es regnet. Ich spüre richtig die Kälte. Man ahnt gar nicht, wie gefährlich es eigentlich da draußen ist, vor allem im Dunkeln. Wie viele Todeskrallen hier rumlaufen. Super Mutanten. Naja, ich bin gespannt. Ab zur Atmod. So, das war's wieder für heute. Folge 4 von Fallout 4 VR. Wir haben wieder eine Gruppe gefunden. Ein Ritter der Bruderschaft, nennen sie sich. Der Ritter, da steht an der Bruderschaft, tut mir leid. Genau, und als nächstes werden wir wahrscheinlich denen helfen und gucken, was das für uns raus springt. Ich hoffe, Munition. Wir sind ja nur auf der Suche nach Munition. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei und euch hat's gefallen. Wenn ja, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Mein Name ist AnderFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs. Bis zum nächsten Mal.